Sie kann ihr Glück offenbar kaum fassen. Die DSDS-Bekanntheit Sarah Engels, 29, ist Anfang Dezember zum zweiten Mal Mutter geworden. Mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi, 29, begrüßte sie bereits 2015 Söhnchen Alessio, 6, auf der Welt. Jetzt durften sich die Beauty und ihr jetziger Ehemann Julian, 28, über ein Töchterchen namens Solea freuen. Nicht nur die Eltern sind ganz entzückt von der Kleinen, auch Alessio ist begeistert von Solea. In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Follower mit zum Babyshooting. Auch dabei waren Neupapa Julian und Brüderchen Alessio. Neben Familienfotos wurden auch Geschwisterbilder gemacht, bei dem Anblick wurde Sarah offenbar total emotional. Ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich die zwei zusammen sehe, schrieb sie daraufhin. Auf dem Weg nach Hause im Auto behielt der Sechsjährige auch stets Solea im Blick. Er sitzt übrigens hinten und passt richtig gut auf seine Schwester da hinten auf, ne, Räuber, lachte Sarah. Die Sängerin scheint ihr neues Dasein als Zweifach-Mama total zu genießen. Auf Social Media zeigte sie bereits des Öfteren, wie vernaht sie in ihre Kids ist und wie gerne sie mit ihnen kuschelt. Die Sängerin ist über die Schachterin mit der Schachterin. Die Sängerin ist über die Schachterin. Die Sängerin ist über die Schachterin.